Willkommen zurück liebe Leute zu einer neuen Runde Minecraft Sky Family Und ich sehe gerade, ich könnte die Kamera ja noch so ein bisschen weiter nach links machen So Dass ich hier so ein bisschen in die Kamera gucke Und wir gehen mal direkt auf den Server Ist das jetzt heute die letzte Folge, ja oder nein? Kommt drauf an, also der Server läuft bis zum 8.3. Und ich habe eigentlich noch viel Zeit, was das Ganze angeht Aber ich möchte natürlich auch hier ein bisschen was erreichen noch Habe ich ja schon bereits angegeben, von daher Wartet mal Was mache ich da eigentlich? Ist ja doof Nee Genau, so möchte ich das haben, ja Muss ich natürlich da auch machen Das ist hier die Frage Das ist doof Genau Kommt man da jetzt so durch, ne? Genau Wunderbar Oh Timer vergessen zu starten Sie ist mal ein bisschen früher daran denken, aufzugehen Ähm So, da sollen das dann hin Wenn wir die Katzen da laut spielen, ne? So, wunderbar Oh Ich werde mir auch was mehr fehlt Die anderen Klötze Aber gut, das ist ja kein Problem Hier haben wir ja noch so Sechs Stück So Machen wir das mal so Hier muss ich auch noch eine ganze Bahn langziehen Alter, du siehst scheiße aus Seht eigentlich alles scheiße aus Das hier sieht Auch total bescheiden aus Weil das einfach eben mal Eine komplette Reihe drunter ist Egal Ähm Wo war ich? Ich wollte gleich noch die Steps setzen Aber erstmal machen wir jetzt hier noch Das hier fertig Eine Seite möchte ich safe haben Ne, das mach ich anders Das mach ich anders So Genau Das ist doch schön So, hier brauch ich den Und hier brauch ich den Und da brauch ich den Da kann man rüberfliegen Ist auch so gewollt In dem Augenblick, aber So Doch, jetzt macht es hier auch Sinn Ja, jetzt macht es hier auch Sinn So, jetzt machen wir hier noch Ähm Jetzt habe ich noch einen So einen Half Slap Noch oben hin Ist natürlich auch noch sehr viel Luft über Ich würde gerne halt hier Das so haben Ich hoffe das geht Scheiße Nein Oh fuck Oh fuck Oh fuck Oh fuck Oh fuck Oh fuck Bitte fang hier nix an zu brennen Nix anfangen mit brennen Bitte Bitte, 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 bitte Bitte nix brennen Nix brennen Alter Wieso wurde denn das Durch Lava gehalten Ach verdammt ey Okay Ist aber kein Problem Das ist ein Problem, was wir Äh Das ist eine Herausforderung Die wir lösen können Damit hätte ich jetzt echt nicht gerechnet Dass genau da drunter jetzt die Lava ist Alter, ich hätte beinahe die ganze Sky Family noch abgefackelt Das wäre es jetzt echt noch gewesen Das wäre echt der Das wäre der Clou Der Des Finales gewesen Würde ich sagen, oder? Das wäre auch das Finale schlechthin Drohplay fackelt die Sky Family ab Oh man, oh man, oh man Ja, hier fehlt jetzt ein Sandstück So Ähm So Das wäre jetzt echt Aua Ich hab's schon brennen sehen Ich hab's schon echt brennen sehen Muss ich ganz ehrlich sagen Das war jetzt gerade schon so Scheiße Oh nein, der Baum ist schon wieder gewachsen Ah, der ist so riesig Aber das ist auch gut Ähm So So So, so, so Warum er das jetzt da nicht mit dem da zusammen getan hat Keine Ahnung Ähm Hier fehlen natürlich auch noch Stücke Jetzt haben wir noch zwei Super Ich geh mir die zwei jetzt hin Machen wir einfach mal da hin Der Pex wieder ordentlich aussieht Ja, es ist Ihr seht, ich bin so ein kleiner Ordnungsfanatiker Es ist hier so ein Durcheinander zum Schluss geworden Ja, weil man halt eigene Projekte hat Und wie gesagt, die anderen Projekte Und äh Immer schön hier Genau Genau So, ist hier noch irgendwas drin? Nein Es wird schon wieder Nacht Ich drehe doch hier am Rad Bin auch gar nicht fertig Ja Heute auf meinem Kanal erschienen The Legend of Zelda Breath of the Wild Oder erscheint The Legend of Zelda Breath of the Wild Äh Super Bomberman Air Fast Air MX Und Shovel Knight Und die entsprechenden Plätze dafür Findet ihr dann In der Geweiligen Kanalinfo Zu welchen Zeiten das normalerweise erscheint Also an welchen Tagen das erscheint Zu welchen Zeiten Zu welchen Tagen Und äh Ja gut Hier kann man auch noch dicht machen Gehen wir das jetzt hier Gehen wir das so Und so Und da muss ich das dann zumachen Ne So Sieht jetzt nicht ganz so schön aus Aber es geht eigentlich doch Es geht Hier kommt man jetzt nicht rüber Das ist in Ordnung Es sieht ein bisschen komisch aus Muss man ehrlich sagen So Runter geht's So Auch wie das schön aussieht Riff Lux Hab ich noch Unten hab ich alles fertig So hier haben wir Hier haben wir auch so einen Tisch Na ja Gut Dann geht's jetzt weiter Hier das abbauen Hoppada Wow What Achso Uff Ist mir jetzt erstmal egal Klar Das sind jetzt alles Verschwendete Ressourcen Wir machen das jetzt hier wie gesagt Einfach nur weg Damit das wieder schön aussieht Weil der Weg hier Erstens Viel zu gefährlich war Er ergibt keinen Sinn Beziehungsweise hätte ich jetzt Noch ein paar Folgen gehabt Ja Hätte ich natürlich da für einen Sinn gesorgt Puh Machen wir das so Genau Weil man da ja lang kann Deswegen Ich das lieber so Genau Und dann machen wir das hier so So und so Ach nee Ich hab keine Holzsachen mehr Ach Verdammt 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 Ich brauch Holz Ich brauch Holz Problem ist halt Ja Ist kein Holz da Und ich bin noch nicht fertig Irgendwann muss aber auch mal Ende sein Hab ich gehört Ne Also So So Gut da packen wir jetzt mal das hin Genau dann sieht das hier Ein bisschen besser aus Gut Gut hier muss ich jetzt das alles mal runterziehen So Ne Der kann weg Ja gut hier wollte ich jetzt noch weiter machen Ja ich glaube es müsste hier sein Ja ich glaube es müsste hier sein So Genau dann sieht das hier auch wieder gut aus Kann man hier runter Ja hier muss ich dann Entsprechend noch Ähm Tropenholz Das da Setzen So Ob man hier nicht runterfliegt Ja gut jetzt wird es echt eng Wie gesagt es soll ja auch noch gut aussehen Dafür muss natürlich dann hier auch was hin Hier Warum zur Hölle ist da eine Leiter Muss man nicht verstehen oder Ich weiß jetzt gerade echt nicht wo die Leiter herkommt So Fackeln drauf platzieren Damit ich nichts drauf spawnt Da kann noch was spawnen Da kann noch was spawnen Und da und da und da und da Und Hier machen wir dicht Dann sieht das doch schon mal hier 1a aus Ja gut ich muss vom Server Werde ich dann doch noch wohl eine Folge bringen Ich bedanke mich jeweils ganz herzlich und sage bis zum nächsten Mal Oder ne wisst ihr was kommt Mit Ende ohne Schrecken Ich sage ich bin jetzt offiziell fertig mit der Minecraft Sky Family Wir haben Freitag Meine Güte Guckt bei den anderen vorbei was sie zum Schluss noch alles verwirklicht haben Ich bedanke mich und sage vielen vielen Dank an Pox, Daxuras, Kevgame, CortiLP und an den Danger Ihr habt sie alle immer noch bei mir rechts außen verlinkt und dann sage ich bis zum nächsten Mal in vielleicht ein paar Monaten Zu Staffel 3 Und ich bin euer Tro Ab rein Viel Spaß noch auf meinem Kanal Tschüss Tschüss Tschüss